Zerfußleute! So, das machen wir den Test. Hier die, was ist das nochmal? Mad Dog, Fireworks, Thunder Shock. Da haben wir einen, NEM. Verstehen Sie das? 3,5 Gramm. Ja, KTF 2 E-Klo. Kaffee-Ratter-Fuhrwerk. Was sollst du denn tun? Die nehmen wir um einen mit, oder? Thunder-Smoke. Ja, warum nicht, ja. Jetzt go. Assolut. Sollte. Dann schauen wir es uns an. Ich brenne sie gleich aus, wenn sie geht. Oh. Ja, wenn sie gehen. Ja, ja. Nicht nette Dinge. Aber das war es schon wieder gewesen mit dem kurzen Knacken Test. Also, bis zum nächsten Mal. Und Zerfuß.